Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Runde TTT mit den Superboys. An meiner Seite sind heute Philipp Schantau, Barth mit Bas, bladadadada, Timmy Boy, Fleskowitsch. Wir Superboys! Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Runde TTT mit den Superboys. Es war ein bisschen an dieser Stelle mich enttäuschender darüber kundtun, dass Fles nicht zu meinem Geburtstag gekommen ist. Genauso wie Kutscher, genauso wie Schantau. Aber ich war da. Sieht den fucking Mannheim, Jungen. Ja, Mannheim, my ass, Alter, erzähl mir doch keinem. Aber ich war da. Du, ja, ja. Ich werd auch da gewesen sein, tun. Vor allem, wenn man das auch zwei Tage vorher schreibt. Oh, ich hab dein Geburtstag halt bei mir im Kalender stehen. Dafür kann ich ja nichts. Ey, Juna, wann hab ich denn Geburtstag? Sag doch mal. Wann hab ich denn Geburtstag? Wann hab ich denn Geburtstag? Hast du ein Reifen? Die Verbindung ist grad ganz schlecht. Wann hab ich denn Geburtstag? Aber schaut mal in die Kommentare, wer wann Geburtstag hat und was hier ist. Du bist ja richtiger Smurr. Ich kenn meinen Geburtstag. Ich kenn meinen Geburtstag und keiner weiß, wie alt ich bin. Ja, du bist halt cool. Du bist 25, oder? Du bist 25. Du weißt es gar nicht, du weißt es gar nicht. Wie alt bin ich und wann hab ich Geburtstag? Ja, siehste, du weißt es gar nicht. Tim ist 22. Und hat am 2. Juli Geburtstag. Dann hätt ich aber zwei Tage gehabt. Äh, Juni, Juli, mein ich. Ach so, ja, aber fast dritter Juli. Ich werd 26. Ey, jetzt bin ich grade schon 26. Wenn dieses Video kommt. Dann muss ich auch mal sagen für die Schade, dass mir keiner zum Geburtstag gratuliert hat von euch. Alles Gute. Wollen wir singen? Ja, bitte. Auf 3. 1, 2, 3. Happy Birthday to you, you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Oh, da hat er schossen. Fleskart geschossen. Fleskart geschossen. Fleskart geschossen. Fleskart ist ein richtiger Geburtstagstil. Ey, Fleskart hör auf! Iwig waschen. Alter, was ist das für ne Waffe? Oh mein Gott. Johnny hast du schon. Ich hab Fleskart. Ich hab Fleskart. Ich hab Fleskart. Ich hab Fleskart. Warte. Ich hab Fleskart. Ah doch. Warte mal. Der hat Fleskart verpasst. Ja, der hat einfach zwei Leute weggemacht. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Warte, nimmst du noch? Warte, nimmst du noch? Ja, ich bin hier hinter euch. Okay, okay. Okay, ich leg den hier oben drauf, ne? Also Johnny ist das nicht, ne? Ja, ja, ich hab weggemacht, ne? Ja, ich hab weggemacht, ne? Ne, ist jetzt so schon mein Standort. Und dann was hast du zu deinem Verteidigung zu sagen? Äh, hallo Akbar. Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. Würde ich sagen, mach mal weg. Okay, Nevermind. Okay, das war keiner von uns. Das war der andere. Das war Bart, das war Bart. Ich wollte grad Kutschaketen, da bin ich ehrlich. Aber... Ja, es ist safe Bart. Ja, es ist muss Bart sein. Er hat auch Flesk vor sich als Leiche. Ich bringe Flesk in Sicherheit. Warte mal, das ist das Supermind-Game von Johnny, oder? Nein, ich bringe ihn in Sicherheit. Nee, nee, ich konnte von Dark endlich hier niemand schießen können, den Laser. Eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber... Ja, das ist wie eine Sniper quasi. Musst halt links drücken. Ja, Johnny weißt du das, weil Johnny hat den nämlich benutzt. Ja, ich hab den letzte Runde benutzt. Okay, das ist Bart. Okay, das ist Bart. Ja, bin ich nicht. Wo ist denn hin, Alter? Ja, Kutschak was aber nicht? Er stand genau neben mir. Ne, ne, Kutschak was nicht. Das war Bart. Wo ist denn hin, Johnny? Ah, der skantiert den Fluss aufwärts, oder? Scheiße, haben wir die Leiche nehmen lassen? Du musst du durch den Fluss durch, damit er meine Fußspuren verliert, weil ich war mal Fahrtfinder. Du warst mal Fluss findest du? Oh, ne, das ist schon tot. Ne, Alter. Aber der muss sie sein, der muss sie sein. Aber die Waffe ist so scheiße. Irgendwie noch eine andere? Da kann doch nicht sein. Bist du Bart? Okay. Warte, ich geh mal gucken, wo, 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 wo Fluss gleich ist. Ach du, ich hab das. Au, 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 es tut weh, es tut weh. Der ist beim Haus. Der ist beim Haus. Nein, ich bin nicht da. Safe. Hä? Warte mal. Das glaub ich dir jetzt nicht. Wer hat mich jetzt versucht wegzumachen? Dann hat Kutschak ich probiert. Deswegen, ich bin's nicht. Doch, 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 doch. Bart kann ja einfach sagen, er ist nicht da. Eklige Missgestalt, Alter. Es muss Bart sein, es muss Bart sein. Ich bin's wirklich nicht. Dann Chao. Kutschak mein Himmel. Ich weiß, dass du nicht geschossen hast. Bart will doch die ganze Zeit hier sein doppelte Invis-Kombo machen. Bist du Kutschak? Wo bist du genau? Du brauchst dich gar nicht interessieren, du fett Gesicht. Ja, ich hab dich mal nachgeladen in dem Ding. Hä? Der ist in dem Haus drin, oder? Wo ist er da drin drin? In der Hütte? Ich hab dich nachgeladen. Och, Mann, so. Ich hab wirklich nicht nachgeladen. Ich hab nicht nachgeladen. Ich hab irgendwas gehört gerade im Haus. Happy Birthday. Du bleibst geschießt. Ja, ist das ganz schön. Find ich aber schade. Das Ding ist jetzt auch ein ganzes Possession-Item. Und ich kann niemanden possessen, weil wenn ich tot bin, ist die Runde vorbei. Das geht durch, das verliert euch. Das ist das Beste, ich schieß so Tim auf offenem Feld nieder. Und dann steht Kirsten schon so neben mir, guckt mich so an. Ich schieß ihn ab. Nee, nicht schieß, nicht schieß. Ich musste näher ran für die Schrotflinte. Ich muss sagen, das war der untypischste Traitor-Moment, den ich bis jetzt so erlebt hab. Der macht einfach den Kevin auf einmal. Ich hatte ne Snipe. Ich hatte ne Snipe und wollte ihn einfach one-shotten. Während meines Geburtstag-Songs. Ich wollt grad sagen, es war schon ein bisschen asozial. Ja, das fand ich jetzt auch ziemlich gemein. Und Tim hat sogar aufgehört zu reden, das macht er sonst nie. Ich zeig euch jetzt mal die Map, Leute. Es gibt hier sowas unten, aber die Map hatten wir schon ein paar Mal. Da kann man ja rechts gehen. Und wenn ich jetzt gleich rechts gehe, steht da jemand und töte mich. Ah, okay. Ich wollte es nicht, weil du war innocent, okay? Ah, ja. Du tötest mich doch auch, wenn du inner bist. Generell, guckt doch bei den anderen die Folgen. Gerade bei Kutscha, der war nämlich keinmal Traitor. Und dann hat man immer ganz wenige Klicks. Wenn ich auch nicht Traitor bin, dann schickt die Folge bitte allen euren Freunden. Ich war immer tot. Und drück doch mal die Glocke bei Jonas. Ja, stimmt. 80% der Leute, die auf der zweiten Kanal Videos gucken, sind kein Abonnent. Sei nicht so ein Mensch. Sei ein netter Mensch. Sei kein Bart. Sei ein guter Mensch. Ich bin die 80%. Hurra. Arschloch. Guck mal, ich hab abonniert. Ich bin die ganze Zeit hinter dir gewesen. Ich muss kurz anmerken, ich find's sehr schön, dass wir keine negatives Karma haben hier. Da in der Runde. Ich bin bei Philipp. 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 Philipp schieß mal an die Wand. Philipp schieß mal an die Wand. Philipp schieß mal an die Wand. Habe ich doch gerade zwei Mal. Achtung, bitte. Du bist ja gerade hier durchgelaufen? Bist du hier gerade durchgelaufen? Du gehst ja noch viel weiter. Sag mal hier, Kutscha. Abmarsch, ich bin der Letzte. Wir sind wirklich alle hier. Antreten! Du hast den falschen Latif. Stillgestanden, Leute. Hallo. Einmal aufstehen, bitte. Wir müssen den Berg, wir müssen jetzt Schichtarbeit verteilen. Kommt mal her. Kommt mal her. Schatau, komm her. Spiderman. Stillgestanden. Wunderbar. Okay. Also. Alle hinsetzen. Alle die Waffen weg. Okay. Hinsetzen. Oh. Das wär unglücklich. Was ist das? Ich hab Tim weggemacht. Das war nur, oder? Ja, was ist denn falsch mit ihm, Alter? Gut. Jetzt wieder zurück zur Arbeit. Ja, zurück zur Arbeit. Bitte einmal ausstellen. Wo bist du, Johnny? Johnny, Chef. Einmal bitte hinstellen. Kann ich hochklettern? Ich bin ne Affe. Hallo! Affe! Hinsetzen bitte. Oh ja. Hinsetzen bitte, ne? Hinsetzen. Ihr Bein da hinten auch, ihr Trantüten. Hey, Flask. Nein, ich geh da nicht hin, Alter. Komm her! Oh, oh, Kutcher ist es, glaub ich. Der Anti-Traitor-Sensor. Ah, der Anti-Traitor. Okay, jetzt alle hinsetzen. Wer die Frühschicht hat ... Warum? Wer die Frühschicht haben will, der steht jetzt auf. Komm mal hier hoch. Okay. Kutcher ist es. Kutcher ist es. Ich würde sagen, es ist recht gut geklärt worden. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin ... Kutcher, du kannst nicht den Wagen tragen. Traitor-Wagen benutzen und dann weglaufen. We tried. Was, Philipp, was? Als ob ich das gemisst hab, Alter. Ich wollte euch eigentlich alle tanzen lassen. Alle? Weil wir tanzen nur ein. Du hast zwei Schuss. Ne, zwei, Schotter. Ne. Ey, du hast drei, oder nicht? Ne, zwei. Boah, du warst zu verlockend, Alter. Nein, du hast drei. Du hast relativ sicher drei. Ich vermisse ein bisschen den Detective in solchen Situationen, aber ansonsten ist er einfach useless. Alter, ich will zur Pfadfinder-Hütte. Ich war mal Pfadfinder. Ich auch. Wir sollten auch mal mehr so Engaging-Sachen für die Kommentare machen. Das funktioniert. Ja, aber Geburtstag raten war doch schon voll gut. Erratet Flest Geburtstag. Der Gewinner ... Erratet Flest. Erratet Flest. Erratet Flest. Erratet Flest im Oktober. Ja. Boah, weißt du das? God's up. Richtig, ne? Mad's up! Der Lester ist nicht im Oktober. Der Lester ist im Sommer irgendwann. Er ist schon im Oktober. Der Lester wollte was sagen, dann ist er gestorben. Das ist schlecht. Ich weiß, man will nie wissen wann er Geburtstag hat. Aber ihr könnt's einen Kommentar nachladen! Hallo, Kocha. Geht's auf Facebook und guck'n nach. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Nein. Okay. Hast du eingekackt? Bart sitzt nicht hinter der Tür, das ist doch auch mal was. Warte mal, ist das jetzt Flame? Alter, hier hinten gehts ja auch noch mehr. Das ist mein erster Beef. Was ist das denn hier? Hey Kutscher, lebst du noch? Ja. Oh, da lebst du schon. Wer war da grad an dem Sto... Ich hab mein Flasch kaputt geschossen. Oh, ich seh euch. Haben Sie Bonfire. Oh, Granado. Alter, das ist einfach das coolste Haus überhaupt. Warst du, Christo, oder? Ich hab ihn nicht geworfen, ne. Okay, das hat einfach niemanden gejuckt, oder was? Ich hab ja gesagt, Blesk ist tot. Ach so, aber die Leiche identifizieren ist nicht wichtig, weil du weißt, was er ist, oder was? Ich hab gehört, dass er aufgehört hat zu reden. Ja, und ich bin tot, weil Schantao mich töten will. Mit Schrotflinte. Hat er immer ne Schrot in der Hand? Ich hab ne Schrotflinte in der Hand. Kein Problem. Oh, sorry. Wo soll ich die hin tun? Ja, direkt vor mich. Kein Problem. Ey, schlicht auf mich. Johnny, Johnny, Johnny. Ich hab neun Leben. Johnny ist es. Das stimmt doch gar nicht. Warum geht die Tür nicht auf? Ich will die auch machen. Wer ist da hinten? Der ist hier im Haus drin, Leute. Hier, komm mal her. Ich bin fucking Naruto, Alter. Schön, schön. So, der letzte ist Geist, ich bin. So sollte das einfach sein. Ey, warum funktioniert der Manify nicht? Guck mal. Kannst du mal gucken, ob ich klein werde? Wo bist du? Warte, warte, warte. Hier, hier. Bin ich klein? Nee. Bin ich jetzt klein? Ja, ja, ja. Wirklich? Aber ist scheiße, oder? Naja, man fällt nicht so auf, aber... Warte, jetzt? Jetzt bist du wieder groß. Okay. Ich bin klein. Niemand wird mich sehen. Ach so. Er ist erst da hinten übrigens, ne? Hier hinten. Ja, ja. Ich habe auch noch einen Maniführer da. Ich komme. Ja, sorry, Spider-Man. Das war jetzt antiklimatisch, aber ich... Dein... Gib mir mal die Shotgun. War halt ziemlich gut. Die hätte ich mal wechseln sollen. Das war nicht so smart. Da, 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 da... Tim, willst du wenigstens mit uns reden? Ist so ein bisschen langweilig für die Zuschauer jetzt. Ich bin tot. What? Wo ist das Aim, Alter? Ähm... Du bist gar nicht tot. Doch. Nein, doch. Okay. Oh, oh. Jetzt sag mal bitte ganz... Ganz viele Gründe, warum er mich abonnieren soll. Ich habe einen Dart in deinem Arsch. Echt jetzt? Ja. Also. Äh... Gar nicht. Du bist ein Spasti. Niemand mag deine Videos. Okay. Ich hatte leider keinen Platz, um den... Ich habe einen Dart in dir drin, aber ich konnte dich auslösen, weil ich zu viele Traitor-Sachen hatte. Alter, ich habe den Lack bekommen, als Freddy mich weggemacht hat. Ah, schlecht gut. Ich komme mal schnell her. Wie hat er dich denn weggemacht? Hörte, schreib doch mal in die Kommentare, welcher... äh... hier... Mitspieler welcher Naruto-Charakter wäre. Ne, aber... Jetzt sag mal, wann hast du geworfen? Alter, ich wäre Robby. Ich wäre Jiraja. Alter, du musst doch... Also du musst es nicht genau... Also du weißt im Sommer, klar. Ich habe halt immer bei der Gamescom. Ich glaube, ich wäre Ash Ketchup bei Naruto. Gibt zwei Tage vor Tamina. Vor Tim? Ich wäre Argomon. Drei Tage vor Tamina. Achso, ja, Tamina hat immer am Ende August... Da hast du, glaube ich, so am 23. Am 21. Am 21. Dann schade. Am 19. Ich glaube, Tamina am 21. Weiß das nicht genau. Oder vielleicht ein paar Tage vorher. Hoppla. Ja, tut mir leid, Flest. Aber das hat... Hat grad gut gepasst. Weißt, dass du am 25. 2. Danke. Ja, das weiß ja jeder. Hm? Niemand weiß, wann ich Geburtstag habe. Interessiert auch keinen, weil du dumm bist Bart. Hey, hey. Tim schlägt mich... Tim schlägt mich über den Crowbar mal rum. Kutscha, schieß mal in ihn auf! Schieß mal in ihn auf! Ge-Crowbart-Bull. Wer ist euch der Älteste von uns? Christo, oder? Ich bin der Älteste, ja. Ich bin der Älteste. Komm Kutscha, wir gehen ins Bergwerk. Ich bin der Älteste. Nein, du bist der Jüngste. Ich bin der Älteste. Kutscha, komm mal zusammen ins Bergwerk gehen. Nein, ich bin der Älteste. Nein, ich bin der Älteste. Ich bin der Älteste. Tim, was machst du denn? Verletzend. Alter. Ja, du bist ja aus dem Maile geschlüpft worden. Das war ein Trauerspiel, wirklich. Ja, und ich bin jünger äh älter als ihr. Okay, warum hast du ihn umgebracht? Der ist runtergefallen. Okay, kann ich dir einmal den Fuß schießen dafür? Frisch und unverbaut. Wieso, ich bin... Ja, mach doch. Ja, gut, okay. Weiß ich jetzt nicht so recht, Bart. Gott, was ist das Johnny? Okay. Okay. Er ist jetzt ein bisschen lower, das ist okay, würde ich sagen. Aua! Ja. Was war das? Splatterman? Ja? Warum läuft er einfach gerade aus weiter? Das kann man auch sehen. Das kann man auch sehen. Ich wollte dir eigentlich gern mein Gewehr direkt in den Mund schieben. Okay, mach mal. Komm, hier. Steck's mir rein. Das klebst du noch? Ja, ja. Warte, ich find's fürs Thumbnail haben. Jetzt seid doch nicht so. Äh, Leute. Lesk hat gerade Bart getötet. Sehr gut. Also, äh, danke. So, habt ihr gehört? Sehr gut. Ja, wie kommst du drauf? Er hat die Folge weggemacht. Ja, warum machst du ihn nicht weg? Weil er weggerannt ist, ich jag den jetzt. Okay, komm. Wo ist der, wo ist der? Wir schneiden ihn den Weg ab. Ich bin bei Johnny, wenn Johnny... Warte, 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 Leute, Leute! Ich hab ihn. Sehr gut. Okay, Kucha ist es nicht. Das ist klasse. Ja, wobei, das kann auch so ein Kucha Mindgame sein, ne? Weiß ich nicht. Glaub ich nicht. Glaubst du nicht? Hier ist die Leiche. Bei der, bei dem, wie heißt das? Ah, das ist ein Kucha Mindgame. Leute. Ich schnüffel's. Der stinkt aber auch, ne? Das ist ein Duke Boombody, ich sag's euch. Ich sag's euch. Das ist der, der Naruto-Boy. Warum? Ah, das war nicht der Naruto-Boy. Ja, okay. Ähm, also... Doch, nee. Ja, ich weiß nicht. Lebst du noch? Was soll ich dir jetzt sagen? Ja, der lebt noch. Der, der stellt sich jetzt so tot. Ja, ja. Ich lebe. Ja, hä? Ich lebe. Ja. Er ist natürlich jetzt doof gelaufen, ne? Bin ich ganz ehrlich. Ja, wo bist denn du? Lass mal zusammenbleiben. Ja, ich hab das Gefühl, du vertraust mir dich und willst mich wegmachen, deswegen... Ich vertrau dir, doch. Ich vertrau dir wirklich. Das Problem ist, wenn, wenn Kuchas Mindgame wirklich ein Kuchas Mindgame war, dann lebt Vleska auch wieder, ne? Ja, ja. Ja, Vleska ist auch confirmed als Trade... Oh, warte mal. Da hinten. Ich seh Kuchas. Ja, take care. Kuchas, was hast du uns für die ganze Sache? Warum probierst du es nicht mehr? Mein Aim ist halt auch schlecht. Was meinst du? Ja, früher warst du doch noch so, boah, nee, ich bin hier nur... Okay, ich hab Kuchas. Ich hab Kuchas. Wir sehen wie Vleska. Aber die Runde ist noch nicht vorbei. Dann hattest du Fles, der als Kutscher rumläuft. Ja, dann hat er vorher noch meine... Hier läuft Bart rum. Okay. Versteh ich jetzt überhaupt nicht mehr. Seine Leiche ist weg. Ist das Second Chance? Wahrscheinlich, oder? Ja. Ähm, nee, oder halt dieses... Doch, doch, das war Second Chance. Er ist in der Fadfinderhütte. Okay, Bart kommt da auch hin. Also Bart... Nee, da läuft ja unsichtbar. Ja, der schießt. Das ist Bart, das ist Bart. Ja, ja. Das will er ja schon die ganze Zeit machen. Aber es kann auch sein, dass das irgendwie Kutscher oder sonst wer als Dix ist, ne? Vielleicht liegt der auf jeden Fall tot rum. Da ist ein... Die Leiche vom Bart, das heißt... Ja, er ist im Fluss, er im Fluss. Ja, Kutscher, Kutscher ist Bart und ist Invis. Bin ich Bart? Ja, du warst Bart. Bist Beharrt. Ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Alter, seht ihr Leute? Ihr Wichser. Oh, ich hab ihn gesehen. Er ist bei den anderen zwei Häusern. Leute, ich bin's nicht. Hey, ich sag nur, einer ist da. Okay, ich hab aber... Ich bin direkt hinter dir. Ja. Hast du's gehört? Ach nee, ich bin über Munition gelaufen. Das Ding ist, Bart hat auf einmal wieder geredet. Ich hab vor drei Sekunden auch auf seine Leiche gestoßen. Das ist ein bisschen... Lass den nicht hier an. Lass den nicht hier an. Bart war tot, ne? Der... Achso. Ich bin auch tot, aber Bart war tot. Achso, okay, okay. Hä? Bart hat nur getrollt. Der hat... Der lässt doch nicht reden, wenn er tot ist. Ja, aber ich kann euch jetzt nicht glauben lassen, dass Bart noch im Leben ist. Der ist tot. I'm sorry. Passiert, passiert. Ähm, sollen wir einfach zur Hütte zurück? Oder irgendwo anders hin? Wo bist du denn? Ich bin hinter dir. Äh, ich brauch eigentlich mal Munition. Ja. So. Das Ding ist, der ist halt Invis, ne? Scheiße. Ja, der hat aber gar kein Leben. Ich hab... Ja, wir hätten die Türen zu machen sollen, dann würden wir ihn halt darüber sehen. Weil der... Der hat ja Advanced Disguise, aber man sieht trotzdem die Blutspuren, oder? Das heißt, der muss sich wenn hochreien. Ja, ja. Was jetzt aber nicht unmöglich ist, ne? Bah. Ich wusste gar nicht, hinterlässt man Spuren, wenn man verletzt ist? Ne, aber du siehst halt, dass... Du siehst halt, dass derjenige, der rumläuft, äh, hat dann so rote Flecken, obwohl er eigentlich Invis ist. Scheiße, das ist ja noch Overtime, ne? Ich dachte, wir hören schon durch. Ich weiß ja nicht, ob der da noch drin ist. Oh, bist du? Ja, ja, ich schieß mal ein bisschen. Kutscher, willst du mit uns reden? Komm, das ist doch witziger. Leute, ich bin's nicht. Ja. Wo bist du denn dann? Oh, er ist rausgekommen? Ja, ja. Ich hab ihn gesehen. Er ist hinten raus, hinten raus. Er ist auch ziemlich low. Problem ist, wenn er eine Shotgun hat. Okay, die Tür ist auf einmal zugegangen. Der ist auf der Seite... Wer ist aus, links oder rechts? Der ist mittig quasi. Der hat mir da die Tür vor der Nase zugedonnert. Aber ich hab, ich hab nichts von seinem Blutsprung gesehen. Ich hab echt nur gesehen, als ich drauf gezielt hab. Der ist vor mir. Hab ihn. Ja, das war eine weitere Folge TTT mit Kutscher, der ganz schön viel probiert hat. Ja, muss man mal sagen. Respekt. War schön. Ja, war alles ich. Ja, natürlich. Schaut mal beim Rest vorbei. Und ansonsten, was wollte ich sagen, wo kommt die nächste Folge? Ich glaub bei mir. Bei Splenderman. Bei Tim kommt morgen noch TFT. TFT für alle, die das sehen wollen. Wettbewerb aus. Tschüss. TTT geht weiter.